So Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil von der ersten Beute. So, Chico Chico ist dabei, neue Pagoda. Aber heute ist nicht mehr so viel, fast nur noch Knallerbsen. Und jetzt neue Pagoda, dicke Promo, Quattro und natürlich eine große Fette. Was heißt große Fette? Hasta la vista von Kera und eine Knallkette. So, jetzt die Hasta la vista von Kera. Das Ende machen wir mal zusammen, da geht es ein bisschen schneller. Damit wir auch einen schönen Sound haben. So, die Knallkette war auf jeden Fall richtig heftig. Ich habe übrigens was abbekommen aus Bayern. Der Kameramann auch. So, machen wir gleich mal eine kleine Pagoda von Komet. So, schön, viel Gang. Brennt aber natürlich jetzt nicht so toll für Klasse 1. So, jetzt haben wir die dicke Promo. Okay, das war dann leider nichts. So, noch mal eine Pagoda. So, jetzt die Quattro von Veko aus dem Löschspektakel. So, da kann man drinnen lassen. So, wir werden die Steigbücher. So schön auf Silberauke kauen. So schön. sehr schön so und jetzt noch die chico chico so was hat sie eigentlich schon eine NM? 38 kr, das hat mich jetzt mal interessiert super effekt, sehr gern echt sehr schön dann war es jetzt noch den zweiten Teil